Hast du gehört? Moin Leute, willkommen zu einem neuen Stream auf meinem Kanal. Heute spiele ich mit ihm in Spanik. Ich hab ja auch schon mit vielen Streams oder Videos von Sandbox gegeben. Ja, Leute. Er hat schon 200... ...4 oder 5 von 206. Ja, 206. Ich hab 188. Ich hab die selbe. Ich bin in der Klasse. Sechs. Beide. Wir fehlen 21 Punkte. Wie viele Punkte hast du? 104, aber wir werden jetzt neu abgezogen. Hä? Hast du nicht vorhin gesagt? Ach so, ja, ja, nee. Nein, nein. Wegen den Minus 2. Ja. Er guckt dir jetzt mal meine Skin-Kombi jetzt an. Ich hab Belgien genommen. Kamer. Komm. Ja, ja. Warum himmst du immer die Spitzhacken? Nein. Ich hab die Scheiße-Skin-Kombi genommen. Egal. Gäste, die doch. Scheiße-Kombi. Komm. Ich hab die Scheiße-Skin-Kombi genommen. Egal. Sto-Skin-Kombi. Scheiße-Kombi. hast hast du bei rufas oder wieder heißt bei rufas oder so diese arena scheißbelohnung gesehen weil man bekommt ja noch hey bro also welches ging kombi hat also welche farbe vom trikot ich eben in der lobby also gerade eben bei mir war blau deswegen dachte ich mir mit teddy bänden wie findest du das geil oder bei mir stand aber also ich hatte so ein blaues der panik mit dem auto ich habe für dich minis eine diegel bra Ja. Kannst du haben. Ah, ah, ah. Ja, ja, ja. Ah, ah, ah. Ah. Ja, bei mir. Also, ich wurde gerade abgetaucht. Sprint, bra, 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 bra. Aber wenn du willst, wenn du willst. Wenn du den Minis. Pass auf, hä? Warte, guck mal, guck mal. Digga, ich versteh nicht mal, wo der ist. Warte, lass mal gucken, ob hier noch eine Ruhe ist. Nee. Ich habe die Chance. Warte, ich schieße mich. Nein, 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 nein. Ja, wir haben verkackt, aber wir nicht. Jetzt solltest du auch pushen eigentlich. Jetzt, 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 jetzt. Nein. Oh, jetzt runterschießen, runterschießen, runterschießen. Ihr musstest du runterschießen. Egal. Wir gehen auf Platzierung, okay. Warte mal kurz, ich muss mal was bei meinem Handy finden. Okay. 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 Ja, hol dir die, ist von mir. Ja, hol sie dir die Cam-Malle da drin, alter. Ja, hol dir die. Und ja, alles. Und ja, alles, auch die, ah, die boogiebomben weg. Egal. Ey, boogiebomben gegen Dings, Maschinenpistole. naja oder bleibt einfach die ganze euro bleibt die ganze zeit im feld hallo ja hörst du mich? ja ja alles gut ist gut gucken wir mal ob die noch da sind ja dann bleib einfach im feld warum spielst du dynamo nicht? warum sollst du? ich spiel gerade nicht magst du dynamo nicht? war das ein fehlkauf? ne patz digger hält schon patz nein spaß digger ja wenn du willst kannst du pushen gehen ne ne pft ich wusste es mhm komm sofort könnt ihr noch ein paar hits geben denn kauf komm jetzt ich mach nur sicheres mach nur sicheres mach nur sicheres sagst du jetzt mal mach nur sicheres das war die Soll ich mal ASMR machen? Nur für dich? Ah, ist das lecker! Dumm, ne? Ja, ich kann das ab. Soll mich, weiß ich nicht. Ja, okay, da. Da, 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 da. Geil, ne? Ich hab A-S-Mennung für dich gemacht, weißt du mein? Digga, wo überall ist ein Gegner? Gancho! Hä? Ehh? ja moin ach du scheiße ha ha ok ich geb dir jetzt meine account daten ok ja moin der Trimax hier ok warte ich nehm jetzt mal kurz einen anderen Skinhof für dich oh das sieht ja geil aus guck mal ui da kommst du mit deinem Ritter den tote Ritterinnen in Wasserweg in eisige Ritterin hast du gesehen meiner leuchtet ja ja nicht oh ja ok dann oh die Skincombo sieht aber nur geil aus guck mal guck mal die Skincombo ey bro guck mal die Skincombo was die ist geil ne guck mal 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 ich habe gar von epic games so war ich doch vor allem bei apple ich gehe in den nudeln laden Puck! Haben die nur neue Pum? Nein! Der hat gesagt... Na... Musst mal wissen... Der verliert Punkte... Aber egal... Nein! Wie, Bro? Heuer, warum stirbst du denn? Weil ich schlecht bin! So eine Scheiße... So eine Scheiße... Ich weiß... Ja, was? Das ist mit zu essen... Das ist mit... Das ist mit... So... Jetzt sollte die geil aus... So... Ja, die sieht geil aus... Ne, du... Ne, du bist Isa... Isa groß ist Isa... Isa... Nein... Spaß... Ist bei dir auch warm? Ja... Ja... Weißt du wo am wärmsten ist? Unter deinen Achsel... Weißt du... Nein... Nee... Was für'n... Genau... Nein... Warum? Ja... Weil ich nicht mal eingespielt bin... Ich hab'n... Ja... Ja... Doch... Frag' ihn... Versparen... Äh... 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 Lass' mal Main gehen... Ja... Digga... Erik hat mich letztens so aufgefallen... Da warst du sogar dabei... Das weißt du doch wo... Das weißt du doch wo... Italienisch... Du Fisch... Italienisch... Nein... Ja... Ja... Sag nicht dass du... Nichts für das... Schule... Und bis in den Kindergarten... Bro... Ich muss Controller wechseln... Ich muss Controller wechseln... Warte... Warum hast du nie verraten dass du Chinesen bist? Ich will... Ja... Ich muss... Ich muss... Halt' er... Weil ich mich�� primär baust... Ich nehm... Ich bin... Panik? Ja... Deshalb beaucoup... Und... in der... fahrrad fahrrad 1 ich bin ich weiß was geil ist hol mich jetzt hab ich gefühlt hol mich jetzt brauch dann AR Money ach Digga Panik du geile Schnitte ich brauch Pump Gun Money was? Pump Gun Money brauchst du eine Money? ich finde das ist voll scheiße dass man die beibekommen sauber ich weiß dass ich sauber bin nicht wie du wie du ich bin nein ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ne? weise nicht er ist ediliziert er ist ediliziert nochmal neu aus östere aber der ist schon geile die die splittakke hallo sonst splittakke ist gleich vor dem video Das geht, oder? Das mach ich jetzt weiter. In so gelb find ich den so gelb. Woher hast du dich? Nein, mit dieser... Bist du um Bauernschen? Äh, äh. Oder was bist du für ein Bauernschen? Und man konnte die sonst irgendwo kaufen? Ich wollte mir den kaufen. Äh, der ist geil, aber die... Oh, der ist gut. Äh, ne. Ich wollte mir den kaufen. Ich wollte mir den kaufen. Äh, der ist geil, aber die... Digga, könnte man Skins verschenken. Könnte ich dir eigentlich Disco Diva oder so geschenken, ey. Echt? Ja, Digga. Magst du den Disco Diva? Magst du nicht? Ja, doch, ne, aber ich spiel die nicht so oft. Ja, dann verkauft du doch und dann wenn sie irgendwie... Geht nicht. Weil ich nicht verkaufen kann, ne. Also, ich hab meine Tickets. Die sind schon weg. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ne, das mag ich mir nicht, aber aus... so aus Spaß. Ja, ich weiß, ich bin dummer bei meistern. Wie viel Geld hast du schon für das Spiel ausgegeben? Ja, das hab ich auch. Ja, ich weiß, ich bin dummer bei mir gar. Ja, ich weiß nicht. Ich bin dummer bei mir gar nicht. Aber meiner kommt nicht mehr wert. Guck dir einer überhaupt zu? Guck dir überhaupt einer zu? Guck dir überhaupt einer zu? Nein, ich habe aus Versehen geschossen. Ach, bei dir? Komm mal zu mir. Ach, bei dir? Ach, bei dir? Ach, nein, du Otto. Komm mal zu mir. Digga, da ist ein BG für dich. Ja. Warum findest du diese Farbe hässlich vom Skin? Weiß ich nicht. Du bist wirklich komplett auf den Kopf gefallen. Bei dir ist das Kind komplett geil. Oben. Findest du diese Skin komplett hässlich? Ich sag jetzt nichts Weißes. Digga. Findest du die Ding. Warten wir zu, Muni, Muni, ey. Ah, nein. Digga. Oben, 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 das Ding. Da willst du mich verarschen? Hier ist kein BG. Du bist wirklich in den Kopf. Nein ... Ich weiß, du kommst schrecklich. Okay, dann schwimm auf Kontroll-O. Nein, die Tieren mache ich. Es geht einfach in der 不 rail. Nein, ich wüsste nicht. Aber wir sind nicht ... jetzt ob dein vater und deine mutter beinahe stimmts an ich wir sind überhaupt das sind Wenn du einen Account hast, gibt es auch nicht einfach hier. Wer ist es? Wissen Sie überhaupt denn in der Eltern, dass du einen... ...kanal oder so einen Kanal hast? Ja. Warum? Sag mal, die sollen vorbeischauen, weil ich der Krasseste bin, nicht Kappa. Hast du jetzt nicht mehr? Nein, hier, nein, hab ich nicht mehr. Wenn ich doch... Wenn du schlecht bist. Ich war nicht gut zu. Weil du immer geierst. Hä? Ich geier! Äh, äh! Ne, oder? Scheiß Team. Wenn du jetzt nicht geierst... Der da vorne hat zwei Hits. Dann weiß ich auch nicht. Bro, soll ich ehrlich sein? Ich abonniere keinen. Er hat zwei Hits da vorne, komm ich rein. Ich hab nicht. Warum sollte ich Eric abonnieren? Warum sollte ich Eric abonnieren? Warum sollte ich Eric abonnieren? Der da vorne muss. Panik, der Idiot davon. Ich bin jetzt ein richtiger Freakist. Ich hab keine Geoppe respektive gearbeitet. Auf Além. Uh. Warum, du meinst dir da oben wegbeangt? Es war wirklich八13, okay! Oh, du bist noch in der Zaun, sorry. Oh, du bist noch in der Zaun, du bist noch in der Zaun, du bist noch in der Zaun. Oh, du bist noch in der Zaun, du bist noch in der Zaun, du bist noch in der Zaun. Oh, du bist noch in der Zaun, du bist noch in der Zaun. Oh, du bist noch in der Zaun. Oh, du bist noch in der Zaun. Oh, du bist noch in der Zaun. Nein. Mein Gott, das ist nicht. Nein. Nein. Oh, warum? Warum haben Sie mich? Hallo? Das ist nicht. Ich habe dich abonniert. Da ist kein Chaum um alles. Was soll das? Und soll ich noch mit der spielen? Ich habe sogar Glocker aktiviert. Aber Glocker, ok, das habe ich wieder weg gemacht. Nein. Ich abonnierte... Ich entabonniere nicht. Weil da kein Dings gibt's. Was gibt's da frei? Leider kein, wenn man abonniert, wenn man abonniert hat. Was? Ich abonnier dich gleich. Chill. Chill doch. Ey, darf ich bei deinem Livestream ein Dislike? Also den Dis... Oh nein, hält doch drin. Wunden, ich sterb doch nie. Ja, weil du willst doch tötet gehen, ne? Lass mal gleich wo ich sagen. Nein, 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 nein. Ich brauche nicht Spaß. Ne, Digga, kein AIM, na? Ah! Warte, ich guck dann mal was. Ja. Ich guck dann mal was, ich geh mal kurz in eine andere Lobby. Guck mal was. Ich guck dann mal was. Ja! 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 Was ist? Ehe! Eeren Mann! Das du belieft bist nicht. Ich hab schnell was gesehen. Lass dich zu hoch! suggest how to go to the top of 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 the top! Der kippt sich da oben! Der kippt sich! Der kippt sich! Der kippt sich! Döf! Der kippt sich! Der kippt sich! Oder was? Warte, mach mal nicht zu warnen. Ja? War? Panik, ich rufe schon gut auf. Mach schon mal bereit. Warte, wie auf? Was meinst du mit auf? Was? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein... Da merkt man, dass ich einmal nur krasser bin Nein! Sag mal nochmal NÖÖÖÖÖÖÖ Ich bin jetzt einfach nur krasser Als du und als Erik Als jeder Warum hat nicht Erik clean äh... clean irgendwas genannt? Hat er... ich mag dich irgendwie zu mobben weil du halt kleiner bist wenn du mich mobst das will ich mal erst mal sehen du darfst kann das zieht der fort ich geb jeden 60er und alles und mein Kopf wir machen Minuspunkte weil du zwei Leute geholt hast ja du bist schlecht ich musste wirklich dir ins Gesicht schenken dass du besser wirst ey guck mal ja du blöde Schweine ich sag doch mal auf was aber weißt du was ich mache ich bin Ehrenbruder und spiel den Skill ok das ist für dich ok dass ich den Skill für dich extra spiele ach was trinkst du denn wenn ich jeden Tag dass du den angucken kannst Alter ich ließ gleich ich bin so ehrenlos ey warum bist du so ehrenlos immer bei mir ich glaub was soll das ne ganz ehrlich nein tauschen wir mein skin gegen dein skin tauschen wir mein skin gegen dein skin wie soll ich denn den verschenken verschenken es geht erst wenn er wieder rauskommt das war spaß ich will den nicht der ist hässlich aber auch irgendwie nice genau eine eine doch wem dat shit guck dir den skin jetzt an oh digga was mach ich die ganze Zeit mit mir ok hallo finde den Skin irgendwie hässlich guck mal die skin combo guck dir mal die skin combo ja guck dir mal die skin combo das ist die du Clip da shiht brrr findest du die skin combo schlecht ne exakt die irgendwie nicht die skin combo die ist hässlich so wie du rein jaa ich weiß ich weiß ich hab irgendwas ausgerüstet was decir das fast ein bisschen passen ich weh ey das ist nicht dein ernst ich kenne dein Geheimnis jetzt warum du Fortnite spielst und warum du diesen Skin willst soll ich dir mal sagen weil du dir eher weil du ja die Ersche geil findest und weil du die dann ansehen kannst und in Realife kannst du ja keinen angrabschen weil du die Ersche in diesem Spiel geil findest deswegen ich kenne dich doch weil du in Realife keine Freunde und so die du so angrabschen kannst die gar nicht fast wie bei dir steht sie weißt du ja da ist ein Schild doch ja wo ist der gegner ist unten kommen mit unten sind die ich habe auch eine ponte ich habe 10 minuten ich habe 10 minuten Ich hab so was von Angst, dass du stirbst. Ich dachte, ich hab so was von gestirbst. Kannst du mir nichts mitnehmen? Willst du den Bruch durchführen? Ich kann den hier nicht sehen. Es ist so scheiße wie du, nein, Spaß. Alter, irgendwie feiere ich die Skin-Kombi. Aber nicht der Entspannung. Das ist so scheiße. Digga, keiner guckt dir, ey. Ey, Robin, keiner guckt dir zu, weil du komplex bist. Warum guckt dir keiner zu? Digga, Robin, warum verstehst du keinen Spaß heute? Weil es mittlerweile keinen Spaß hat. Weil du diesen Fußball-Skin... Weil du diesen Fußball-Skin... äh, diesen Fußball-Skin willst. Den Tiff muss ich in... Den Tiff muss ich in 20 Minuten zum Fußball kriegen. Ja. Das war Spaß. Ja. Das war Spaß. Ja. Bro. Das ist nur ein Skin-Kombi. Du musst so sein, dass du anderen Skin hast. Du musst so sein, dass du ein paar Welten Skin hast. Du musst so sein, dass du ein paar Welten Skin hast. Sehr später, äh, wer später alles fortkommt. Ja, frag die, ob du den... ob du von dem Skin bekommst. Und dann... also... wenn du Geld... oder wie Bugs hast, dass du den Skin schenkt. Wer redet er kaum, dann rede ich nicht mehr. So, ich mütte mich. Ja. Hallo. Bin wieder da. Hallo. Und... Kind... Ah, warte, warte. Ey, David spielt doch auf... Dings, ne... Auf... David spielt doch auf Dings, ähm... ...auf PC, ne. Hallo. nein sein bruder david später auf pc david ja david david ch oder so aber den kennst du doch in real life oder ja aber david später auf pc das geht was so i didn't want in town Mann, er ist wohl los! Nee, Alter! Oh nee, ich lief jetzt, Alter, das ist echt scheiße. Wasser! Komm mal! Rup! Robben! Komm sofort! Das Ding ist nämlich gar nicht rund. Eines hast du nicht beachtet. Es ist alles gut. Genau, das ist alles gut. Die Diskussion tue ich bei Händen. Die Diskussion, mein Klienten, und jetzt, abends auf das Papier, gehört zu Schuppen, wie es geht. So viel, aber ganz schön, wenn ich auch aus dem Schuppen, hier ist kein... ... ... Also, uns jetzt haben wir schon nochmalное 竹 melanchol questi die die уют Hold up. Oh, es geht nicht! Panik! Ist ja... Ist der Paarstück? Hallo? Okay, bin wieder back, Paul, bro. Iris, komm, komm, komm. Ja, gleich! Wer? Doch! Robin? Robin? Alter, nee, schieb ich! Ja! Fauxi, lieber! Nein, Alter! Mann, ich bin so schlecht! Bist du später online? Ich bin nicht... Tag mal deine Mama! Okay, ich... Ich mach mal... Manni, was? Manni, was? Manni, was? Manni, was? Manni, was? Manni, was? Halbfinale kommen die noch mal! Halbfinale kommen die Superstipps noch mal! Oh, wir sind bitte da! Die Fußballskins kommen noch rein! In der Halbfinale! Alle! Manni, geh mal! Manni, geh mal! Nein, mal! Kon-ne・karte! Du bist in die... Ja, du bist! brauche ich geht's auf wir dann hauen da gibt mir doch ja ich gehe jetzt auf das später zocken Aya nein Brot sorry jetzt wahrscheinlich auch ja ok schau doch jetzt warte ich sehe auch ja ja